Hallo und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Knallengeballer. Und ja, wie ich im Livestream vorher schon gesagt habe, wir machen eine Liga dieses Wochenende am Samstag. Um 16 Uhr startet die Liga. Es wird so ablaufen. Wir werden Testspieler stellen. Die ersten 10 werden reinkommen. Nur die 10 können mitspielen und die 9. Und der Gewinner kriegt immer einen Punkt aufgeschrieben. Und der mit den meisten Punkten darf am Sonntag um 16 Uhr, mache ich wieder einen 1 Stunden Livestream, den ganzen Livestream lang nur derjenige mit mir pushen. Alleine ohne für jemanden anderen. Nur er und ich pushen in Tourshowdown. Und ja, eine Stunde wird die Liga dauern. Und wie gesagt, am nächsten Tag dann wird der Preis, also nachher eine Stunde mit mir pushen alleine, eingelöst werden. Und ja, ich hoffe, ihr seid am Start. Es wird mich freuen, wenn die Lobby auch voll wird und nicht ein paar Plätze frei bleiben würden. Und ja, ihr könnt es dann eben mit mir allein pushen. Wird auf jeden Fall richtig nice. Ich freue mich schon. Und dann würde ich sagen, das war es auch dann mit dem Video. Danke fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, abonnierst meinen Kanal, aktiviert die Glocken. Und ja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und ciao, ciao. 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 Vielen Dank.